Da, hier ist Stau auf der Zip-Line. Ja, dann brauchen wir wohl eine zweite Spur. Du meinst lieber über Zip-Line? Genau, Emo. Emo ist gut. Emo ist dein Freund. Na, du kleiner Gut-Bug. Okay, Jungs, tatsächlich nichts mehr ist, auch wenn es von Usa aussah. Okay, hier ist fast nichts mehr. Gleich ist hier nichts mehr. Na gut, tun wir sie da gleich alle rein. Eigentlich wollte ich ja da rein. Natürlich müsst ihr wieder zu mir kommen. Ja. Du bist ja auch der interessanteste Charakter hier. Warum? Weil du du bist. Hier bin ich. Hier bin ich. Sag dir, war doch auf a walk in the park, hast du zwei? Ja, das werden wir so lange machen, wie wir Bock drauf haben. Hier gibt es noch neue Sachen. Ich hab's gesehen, wie es gefeilt ist. Ich hab's gesehen, wie es gefeilt ist. Hier gibt es auch noch Helm. Oh. Oder ein paar Sitzbitter. Wo du grad da hochgekommen bist. Äh, unten hatte ich eins hingelegt. Hast du was gesehen? Jojo. Das hab ich gerade runterfallen gesehen, als ich da unten auf der Vorstufe war. Und dann hast du's liegen gelassen. Ja, weil es an mir vorbeigeflogen ist. Das ist ja ich eigentlich immer wieder. Aber dann haben wir da unten schon mal zwei Aquaks noch. Habt ihr noch zwei Blümchen? Ich hab drei Blümchen. Okay, dann haben wir alle. Ja, dann. Ressort, wir haben die Blümchen. Oh, da unten ist noch Gold. Aber vielleicht sollte sie noch eben zu mir kommen, wegen Leben. Äh, Leben ist auch hier. Dann, oder? Ja, wie gesagt, nimm dir. Bei uns ist genug. Löffer da. Oh, das war so. Oh, das ist okay. Oh, das war. zwei lagen hast du noch untergeschmissen noch nicht doch gar keins ein kleck in eins gefunden hat es sei denn blick hat eins von denen schon eingesammelt eingepunkt ich hab jetzt eins unten rein getan von denen das hier umlag okay dann brauchen wir noch eins erst lagen war zwei rum okay das zweite jetzt lang hier sogar drei rum sollte reichen okay dann können wir ja gehen wir brauchen jetzt nur noch zwei blümchen hat gerade einer mami gerufen ich bin ich sicher arm ich bin nämlich doch voll gold Okay. Schau mal, let's go. Großmächtig Badawoon, jetzt! Ein schönes Loch. Das war meine Wand. Uh-huh, jetzt ist es ein schönes Loch. Glutbach, open! Ach, hier liegt noch eine Menge Glutbach rum. Ach, ich kann kein Gold mehr mitnehmen, verdammt. Noch Gold? Ja, hier liegt noch Gold, äh, quer verzeiht rum. Und? Woran du? Let's get them in. Feel much better now. Don't let him flank you! No. Your right helm is on the way. Drop part inbound. Why a grenade? I'll never get the smell out of my armor! Drop part inbound. I'll never get the smell out of my armor! Drop part has landed and is ready for takeoff. Drop part departing in T-minus 3 minutes. Kannst du noch eine Leine ziehen? Ja, I see. Ich kann's nicht, ist zu weit weg von hier aus. Ich muss näher ran. Dann mach ich das anders. Dann kommen wir ja über die vorhandene Leine. Ja. Wir müssen halt dann einen Bogen laufen. Das ist, glaub ich, schneller. Beziehungsweise ich kann halt, äh, von ein Stück näher über die simsene Leine ziehen. So, von hier müsste es eigentlich dann auch ein gehen. Ja. Ja. So long, suckers! Ach, der Auto ist schon da. Mhm. Ja, ihr müsst nur hoch, dann seid ihr schon da. Mhm. Immer dieses, ihr müsst nur hoch. Mhm. Ja, einfacher als eben. Das stimmt. Ach du Gacke, ich geh rein, ich geh rein, ich geh rein. Wegen dem Kleinen? Ja, wegen dem Kleinen. Okay. Ja. Oder gab's da irgendwas, wo ich, äh, äh, was ich nicht gesehen hab? Ja, ich geh rein. 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 Damit ist der Otter, glaube ich, durch. Dann habe ich noch zwei. Doch, bin ich dann halt nicht, ne? Aber zumindest deine Waffe soll soweit durch sein. Was ist die hässlich? Wie sprichst du mit deinem größten Freund? Direkt Damage 9. Direkt Damage 9. Naja, vielleicht macht es ja nochmal ein paar tausend indirekten Damage. Wer weiß, wer weiß. Dann hat er einen Cooldown-Delay. Toll. Dann würde ich sagen, machen wir die beiden Assignments, also das Assignment noch durch. Also die beiden Missionen. 2 Untertitelung des ZDF, 2020